Schön, dass wir uns alle wieder zu unserem alljährlichen Treffen geschafft haben. Und ich finde gut, dass wir uns dieses Mal auf einer anderen Insel treffen. Ja, aber irgendwie sind die Fische und Krebser hier so riesig. Hey, was habt ihr hier zu suchen? Das hier ist unsere Insel. Schau mal, wie riesig die Piraten sind. Wir haben keine bösen Absichten, wirklich. Der Käpt'n wird sich freuen. Hey Käpt'n, guck mal, wen wir dir mitgebracht haben. Wer ist das? Was haben wir auf meiner Insel verloren? Wir kommen in Frieden. Schweigt! Ihr redet nur dann, wenn ich es euch sage. Aber was wollt ihr denn überhaupt von uns? Ihr seid jetzt meine Gefangene. Oh ja, schaut, da ist Marzipan. Hier, nehmt meinen Feenstaub, dann könnt ihr auch reden. Oh ja, danke. Danke. Oh Mann, wir sind weg. Das kann doch nicht angehen. Danke, dass du uns gerettet hast. Danke. Nicht auch. Oh, Marzipan. Danke. Was für heute. Danke. Oh. Machenc. Bis zum nächsten Mal.